Ja, und jetzt müsst ihr nur noch die beiden Automatisierungen für Treppe runter genauso anpassen wie für Treppe rauf und euer Treppenlauflicht hat eine neue Animation. Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. So, heute wieder zum Thema Home Assistant, genauer gesagt zum Thema RGB Treppenbeleuchtung über Home Assistant. Meine RGB Treppenbeleuchtung kennt ihr ja schon, hatte ich ja schon in einem anderen Video vorgestellt. Für alle, die es noch nicht kennen, verlinke ich das nochmal oben in der Infobox. In meinem Fall habe ich die RGB Stripes ja einfach an der Wand entlang, oberhalb der Stufen, gerade als Linie montiert. Und da hatte Felix mich auf dem Discord angesprochen und gefragt, sag mal, kann man das nicht wie bei deiner alten Treppenbeleuchtung, verlinke ich auch hier oben in der Infobox, stufenweise animieren. Denn er wollte das Ganze auch unter jede Stufe eine LED Stripe haben und das Ganze dann stufenweise ein- und ausgeschaltet haben, nur eben als RGB Variante. Also haben wir uns zusammen mal hingesetzt, denn ich wollte jetzt nicht meine ganze Treppe nochmal umbauen, ist auch gar nicht möglich, weil ich nicht unter die Stufen komme. Er hatte das Ganze aber soweit schon vorbereitet und insofern haben wir da quasi in Kooperation neue Animationen entwickelt, beziehungsweise das Bestehende so überarbeitet, dass auch hier bei der RGB Variante stufenweise ein- und ausschalten möglich ist. Das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam in diesem Video an. Wenn ihr mich und meine Arbeit auf diesem Kanal unterstützen möchtet, würde es mich riesig freuen, wenn ihr bei eurer nächsten eBay oder Amazon Bestellung einfach meine Affiliate Links nutzen würdet. Dazu einfach unten in der Videobeschreibung vor der Bestellung auf den entsprechenden Affiliate Link klicken. Der bringt euch zu Amazon oder eben eBay. Ihr gebt ganz normal eure Bestellung auf, kostet euch nicht mehr, aber ich würde dann eine kleine Provision für eure Bestellung kriegen, würde mich also riesig unterstützen. Vielen, vielen Dank an der Stelle schon mal dafür. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen möchtet, habt ihr auch die Möglichkeit, Mitglied dieses Kanals zu werden. Bietet euch kleinere Vorteile. Ich habe gesagt, ich produziere keinen Exklusiv-Content, erkläre ich aber auch nochmal in dem Mitgliederbereich. Also könnt ihr hier unter dem Video direkt neben dem Abonnieren-Button auch auf Mitgliedschaft klicken, euch das ganz einfach mal angucken. Würde mich riesig unterstützen, würde mich riesig freuen. Vielen, vielen Dank an der Stelle dafür. Genug der Eigenwerbung. Ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los und ich zeige euch mal, was wir an neuen Animationen für die RGB Treppenbeleuchtung gebaut haben. Ja, angefangen haben wir damit, dass wir die Animationen, die ihr gerade auf meiner Treppe gesehen habt, erstmal auf die von Felix übernommen haben. Das gefällt mir schon sehr gut, wie die Farben hier einfach abwechselnd von links nach rechts und dann wieder von rechts nach links über die Stufen rein- und rausfäden. Sehr, sehr schick. Und der erste Schritt zur stufenweise Animation, der kommt auch jetzt gleich und zwar beim Abschalten. Die Stufen schalten nämlich hier jetzt schon mal stufenweise ab. Als nächstes ging es dann drum, auch stufenweise einzuschalten. Als ersten Schritt erstmal einfarbig. Das Ganze seht ihr hier in blau. Und natürlich schalten die Stufen auch an der Stelle wieder stufenweise ab. Die Animationen, die könnt ihr natürlich in jeder Farbe machen. Genauso weiß, wie wir das von meiner ersten Treppenbeleuchtung kennen. Aber ihr habt jetzt eben die freie Wahl. Ihr könnt es in jeder Farbe machen, zum Beispiel wie rechts zu sehen, auch in rot. Oder in allen anderen Farben. Ja, und für alle, denen eine Farbe nicht genug ist, für die haben wir natürlich auch noch was vorbereitet. Und zwar Regenbogen. Genauer gesagt einen Zufallseffekt, der stufenweise einfach eine Random-Farbe schaltet. Und wie ihr hier seht, auch noch als Laufeffekt. Das Ganze immer wieder wiederholt bis zur Abschaltung. Und dann schaltet auch das wieder stufenweise aus. Ja, aber schauen wir uns doch jetzt einmal an, was ihr genau tun müsst, um die gerade gesehenen Animationen in die RGB-Treppenbeleuchtung zu übernehmen. Wie die Treppe im Detail funktioniert, da werde ich jetzt nicht noch einmal drauf eingehen. Wer das interessiert oder wer das noch nicht weiß, der kann einmal hier in der Anleitung nachlesen. Und da habe ich das Ganze dokumentiert, was ihr tun müsst, um die Treppe grundsätzlich nachzubauen. Hier findet ihr eine Übersicht aller benötigten Bauteile. Hier sind die Schaltpläne, die Platine und auch die Programme, die ihr benötigt, um die Treppenbeleuchtung in der Ursprungsvariante nachzubauen. Ich gehe jetzt nur noch auf das Update der Animationen ein. Alle, die Informationen generell zur Treppenbeleuchtung haben möchten, wie diese funktioniert, die finden die Informationen in diesem Video, beziehungsweise in dem Stream, in dem ich auch noch einmal alle Automatisierungen Schritt für Schritt erkläre. Beides verlinke ich oben in der Infobox. Ansonsten die Informationen und der Link zur Anleitung, das findet ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Da gehe ich jetzt, wie gesagt, im Detail nicht weiter drauf ein. Wir schauen uns jetzt mal an, was wir denn tun müssen, um hier in diese Treppenbeleuchtung die Animationen von vorhin einzubauen. Eigentlich ist der gesamte Dreh- und Angelpunkt das ESP Home. Denn unsere RGB-Treppe, die benötigt in erster Linie erst einmal vier Animationen. Und zwar einmal die LEDs einschalten rauf, einschalten runter, ausschalten rauf und ausschalten runter. Das heißt, hier haben wir unser normales Sketch mit Sensoren, mit Schaltern. In der normalen Variante haben wir einmal hier unsere Light-Komponente. In der spielt sich jetzt auch alles in diesem Video ab. Hier oben dran ändert sich nichts. Hier habt ihr ja angegeben, wir haben 120 LEDs. Und diese 120 LEDs, die müssen jetzt in den Animationen eben auf Stufen aufgeteilt werden. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, der Einfachheit halber. Wir haben zwölf Stufen. An jeder Stufe haben wir zehn LEDs. Hier habe ich noch so diverse Animationen. Hier zum Beispiel Rocket und Firework für alle, die das Silvester-Video gesehen haben. Das hier ist die Animation für das Feuerwerk bei mir auf der Treppe. Ja, und dann kommen wir hier auch schon zur ersten Animation. Eigentlich sind sie alle fast identisch. Den Link zu den vier Animationen findet ihr auch wieder unten in der Videobeschreibung. Die könnt ihr euch natürlich alle so runterladen und einfach verwenden. Ihr müsst das Ganze nur noch ein bisschen anpassen. Schauen wir es uns einmal an. Hier haben wir Stufenlicht rauf mit einem Update-Intervall von 16 Millisekunden. Und bei dem Ganzen handelt es sich um einen Addressable Lambda-Effekt. Zu Beginn wird hier angegeben, wie viele Stufen hat unsere Treppe. Dann geben wir hier in einem Array an, wie viele LEDs wir pro Treppenstufe haben. Das heißt, wenn wir hier sagen zwölf Stufen, dann muss hier die Liste auch zwölf Einträge haben. Und alles, was danach kommt, ist eigentlich schon wieder der statische Ablauf. Da müsst ihr eigentlich nichts dran ändern. Hier werden einfach nur ein paar Variablen zur Initialisierung gesetzt. Und dann wird in einer Vorschleife hier ein Block an LEDs in eine Zufallsfarbe gesetzt. Dann ist der Effekt vorbei und wird automatisch wieder neu aufgerufen. Dann geht der Zeller einen hoch. Sprich, er nimmt dann die zweite Stufe und so weiter. So läuft das Ganze jetzt hier im Loop durch. Ich möchte jetzt hier aber gar nicht mehr wirklich jede Zeile Schritt für Schritt mit jedem Befehl erklären. Ihr könnt das Ganze so einfach verwenden. Das Einzige, was ihr wissen müsst, ihr müsst hier die Anzahl eurer Treppenstufen angeben und entsprechend eurer Treppenstufen hier für jede Stufe einzeln einen Eintrag angeben. Wie viele LEDs habt ihr denn da pro Stufe? So, und dann schauen wir uns mal eben noch die anderen Animationen an. Dann werdet ihr schon sehen, das Ganze ist vom Prinzip her ziemlich identisch. Hier haben wir Stufenlicht rauf-aus, also das Abschalten des Stufenlichts in Richtung von unten nach oben. Wir müssen natürlich auch wieder die Stufenanzahl angeben, die LED-Definition. Das heißt, die beiden Zeilen könnt ihr, wenn ihr sie oben angepasst habt, hier einfach wieder einfügen. Nur darauf achten, dass die Einrückung hier stimmt. Und ansonsten macht dieser Effekt hier natürlich gar nicht viel anderes. Das Einzige, er setzt hier keine Zufallszahl, sondern er setzt die LEDs einfach auf die Farbe Schwarz und dadurch, dass sie beide in der gleichen Richtung die Stufen durchgehen, schaltet der hier die Stufen ein mit einer Zufallszahl und die zweite Animation, also Stufenlicht rauf-aus. Die geht zwar auch von unten nach oben, aber schaltet die LEDs stufenweise auf Schwarz. Ja, und dann haben wir das Gleiche auch nochmal fürs Stufenlicht runter und Stufenlicht runter-aus. Auch hier haben wir natürlich wieder unsere Stufen definiert. Der einzige Unterschied ist, wenn wir uns jetzt mal Stufenlicht rauf- und runter vergleichen, das Stufenlicht rauf zählt im Progress hoch, das Stufenlicht runter zählt runter, denn Stufenlicht runter läuft die Stufen von hinten nach vorne durch und das ist in den ersten beiden Animationen eben anders, der geht dieses Array von vorne nach hinten durch. Aber ansonsten ist die Arbeitsweise das Gleiche, das heißt, ihr müsst in allen vier Animationen einfach nur diese beiden Zeilen anpassen, genauer gesagt, diese eine Zahl sind eure Treppenstufen und dann hier in den geschweiften Klammern gebt ihr an, wie viele LEDs ihr pro Stufe habt. Das war's eigentlich schon und dann könnt ihr hier sagen Upload und seid im ESP Home eigentlich schon fertig. Wenn ihr jetzt hier keine Zufallszahl haben möchtet, sondern eine bestimmte feste Farbe, dann könnt ihr das natürlich auch machen und zwar mit ESP Color. ESP Color ist die Farbkomponente von ESP Home und wenn wir jetzt hier einmal ein bisschen runter scrollen, dann seht ihr hier schwarz ist ESP Color mit viermal der Null und ESP Color White ist ESP Color mit viermal 255. Das gilt aber nur bei RGBW. Für normale RGB LEDs könnt ihr genauso auch einfach hier ESP Color Red Green Blue nehmen, also mit drei Zahlen das Ganze hier definieren, welche Farbe ihr haben möchtet. Ja und dann würdet ihr hier halt nicht schreiben ESP Color Random Color, sondern würdet hier zum Beispiel schreiben 255.00 und auch dann könntet ihr das Ganze natürlich einfach uploaden. So, der Upload ist abgeschlossen, die Treppe ist wieder verbunden und wir können weitermachen. Wir schließen hier das Ganze und jetzt gehen wir mal unter Einstellungen in die Automatisierungen. Jetzt suchen wir uns mal die Automatisierungen mit RGB minus Treppe. So und die vier Animationen, die uns jetzt interessieren, sind RGB Treppe rauf LED ein- und ausschalten und RGB Treppe runter LED ein- und ausschalten. Nehmen wir als Beispiel einfach mal das rauf, bei runter ist es nachher das gleiche. Ihr geht hier einfach auf RGB Treppe rauf LED einschalten, scrollt einmal runter zu den Aktionen und bei den Aktionen schalten wir ja die LEDs der Treppe ein. Standardmäßig in meinem Ursprungsbeispiel wird hier Color Wipe Up als Effekt aktiviert und diesen, den müssen wir jetzt einfach austauschen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wie die Effekte eurer Treppe heißen, empfehle ich euch, geht mal kurz in die Entwicklerwerkzeuge und sucht hier einfach mal die Entität eurer LEDs der Treppenbeleuchtung. Ich suche jetzt hier einfach mal nach Treppe und dann müsste es hier irgendwo eine Light Komponente geben und zwar hier light.rgb-LED-Treppe-Oben. Das ist meine Treppenbeleuchtung. Und dann seht ihr hier die Effektliste. Und das sind alle Effekte, die ihr auf eurer Treppe verwenden könnt und uns interessieren jetzt diese vier. Stufenlicht rauf, Stufenlicht rauf aus, Stufenlicht runter und Stufenlicht runter aus. Und jetzt gehen wir wieder in die Automatisierungen, suchen nochmal hier nach Treppe. So, und dann haben wir jetzt hier wieder RGB-Treppe rauf, LED ausschalten und LED einschalten. Fangen wir mit dem Einschalten an, gehen mal ganz runter zu den Aktionen, denn hier wird ja unsere Treppe eingeschaltet mit dem Dienst Light Turn On und mit dem Effekt Color Wipe Up. Den möchten wir aber nicht mehr, sondern was wir jetzt hier für einen Effekt haben möchten, ist der Effekt Stufenlicht rauf. So, und das war es hier auch schon. Und wir sagen Speichern. Danach gehen wir wieder zurück in die Übersicht der Automatisierungen. Und jetzt müssen wir uns noch darum kümmern, dass beim Abschalten ebenfalls die gewünschte Animation ausgeführt wird. Also gehen wir auch hier auf Bearbeiten. Die Bedingungen und so weiter bleiben alle gleich. Es geht immer nur um die Aktionen. Und hier sagt er, schalte die LEDs aus. Das reicht uns jetzt aber nicht. Natürlich soll er sie am Ende ausschalten, aber wir hätten vor dem Abschalten gerne noch die Abschaltanimation. Also fügen wir jetzt hier eine neue Aktion hinzu, schieben die einen nach oben, denn die soll ja vor dem Abschalten der LEDs erfolgen, und sagen jetzt hier Dienst ausführen und wählen als Dienst Light Turn On. Wählen hier auch wieder unsere Treppenbeleuchtung. Und als Effekt geben wir jetzt hier an Stufenlicht rauf aus. Beim Einschalten haben wir ja gesagt Stufenlicht rauf. Das ist die Animation zum Einschalten. Also hier zum Abschalten Stufenlicht rauf aus. Aber wir müssen noch eine Sache machen, denn das Stufenlicht rauf aus würde zwar jetzt aktiviert, aber er würde nur den Effekt aktivieren und danach trotzdem direkt die LEDs ausschalten. Das möchten wir aber nicht. Also müssen wir schauen, wie lange soll die Animation hier denn laufen, bevor die LEDs wirklich abgeschaltet werden sollen. Eine Animation pro Stufe dauert etwas über eine halbe Sekunde. Wir haben jetzt hier zwölf Stufen eingestellt. Kämen wir rein rechnerisch auf sechs Sekunden. Ich würde aus Vorsicht einfach mal zehn Sekunden eine Verzögerung hier noch einbauen. Da könnt ihr aber auch so ein bisschen noch mit rumspielen. Auf jeden Fall braucht ihr hier eine Verzögerung zwischen. Und ich sage jetzt hier in diesem Fall einfach mal zehn Sekunden. Wir speichern das Ganze und wir sind fertig. Ja und jetzt müsst ihr nur noch die beiden Automatisierungen für Treppe runter genauso anpassen wie für Treppe rauf. Und euer Treppenlauflicht hat eine neue Animation. Da ich jetzt hier nicht die gleiche stufenweise Treppe habe wie Felix, zeige ich euch das Ganze hier einfach nochmal in der Übersicht. Und zwar, wir haben hier die Treppe, die ist aktiv, hat aber gerade keine Bewegung erkannt. Und insofern Treppe rauf und Treppe runter sind beide inaktiv. Sobald jetzt hier der untere Bewegungsmelder eine Bewegung erkennt, sehen wir hier Bewegung erkannt und Stufenlicht rauf wurde aktiviert. Wir sehen hier auch ganz schön, RGB Treppe rauf ist jetzt aktiv. Und das Ganze läuft jetzt so lange, bis der andere Bewegungsmelder eine Bewegung erkennt oder eben, ich glaube, 30 Sekunden lang nichts passiert. Wenn jetzt der obere Bewegungsmelder aktiviert wird, dann sehen wir, Treppe rauf geht aus, der Cooldown läuft. Ich glaube erst zehn Sekunden, könnten auch 15 sein, je nachdem wie es eingestellt ist. Und der Cooldown läuft noch, aber Stufenlicht rauf aus, ist aktiviert worden. Und kurz danach gehen die LED Stripes aus. Im Unterschied zu meiner ursprünglichen Variante dieser Treppenbeleuchtung mit RGB Stripes, müsst ihr jetzt natürlich auch noch die RGB Stripes zerstückeln, unter den einzelnen Stufen platzieren und die einzelnen Abschnitte wieder mit Kabeln miteinander verbinden. Worauf ihr dabei achten müsst, das schauen wir uns jetzt auch nochmal eben kurz an. Ja, eigentlich gibt es zu den LED Stripes hier gar nicht mehr so viel zu sagen. An den Kontakten in der Mitte der Stripes, da seht ihr eine gestrichelte Linie. An den Linien könnt ihr die Stripes einfach durchschneiden. Und jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten, die Stripes, nachdem ihr sie montiert habt, wieder miteinander zu verbinden. Die Datenleitung muss in beiden Fällen auf jeden Fall von LED Stripe zu LED Stripe durchverbunden werden. Also immer der Ausgang der vorangehenden Stripe an den Eingang der darauf folgenden Stripe. Beim Strom habt ihr dann die Wahl, ob ihr jede Stripe einzeln direkt vom Netzteil aus versorgen möchtet oder ob ihr auch den Strom vom Ausgang der vorangehenden Stripe an den Eingang der darauf folgenden Stripe einfach durchverbindet. Ja, und ich glaube, mehr muss ich an der Stelle auch nicht dazu sagen. Der Rest ist ganz genauso wie in meiner ursprünglichen RGB Treppenbeleuchtungsvariante aus dem anderen Video. Ja, soviel zum Thema RGB Treppenbeleuchtung und neue Animationsmöglichkeiten fürs stufenweise Ein- und Ausschalten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe nichts vergessen. Ansonsten stellt mir eure Fragen gerne in den Kommentaren. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert, falls noch nicht geschehen, gerne den Kanal. Und klickt auf die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpassen möchtet. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Verabschiede mich hiermit und sag einfach bis zum nächsten Video. Ciao!